ja willkommen mein name ist an die europäische bergung zurück zu let's bett hat auf der serie einer zum folge sind wir ein bisschen durch diese höhe leer gewandert haben materialen für das omega elixier was das sind unbedingt herstellen will eingesammelt müssen wir echt zu den dings wieder haben ist nicht wieder zu den zurück ja wo wir schon mal hier sind können wir versuchen gegen nach wie ich zu kämpfen das ist glaube ich das größte fieber bekämpfen können können sie mir die bosten also kommen ja ich habe mal wer wird hier auf platz 1 gepackt damit ihr direkt ist ein schaden austral mit ihren clown angriffen und gott 32 ok ich war für mich verteidigung plus also wahrscheinlich muss ich mal die fücher erledigen damit sie ja irgendwie denn seine abwehr jetzt die denken naja warum sind schon mal quatsch der hat ein gut ne war wirklich viel schaden ja ich war was du so viel dinge das ist schon fast dann was du noch fünf von diesen auch noch 15 der herrte war war ein bisschen reise nach einem netz das finde ich doch da hat sie bitte dann was hast du nicht näher wie sich dann sich drehen immer noch mal ihre magie raus leute das ist direkt nachdem ich betrübt war weg ja ich hab nichts davon ja ich kann eigentlich auch wechseln kann sie mit ein ding von mir auch nicht ganz ja naja dann kann ich einmal ausweichen ich denke mal was haben ihn mit mir sehen ja ich habe war ihr schafft das war klar bei euch der zauberin sehr viele sachen entzieht das spät oder die effekte hat für herrscht bekommen ja gibt gift macht aber ich weiß wenn ob die effekte hat für erstatt betrifft und verblühter als gegner okay also ich bin jetzt mehr wert irgendwie wenn ich gegner von hinten angreifen direkt das war richtig naja nicht ein gewachsen irgendwie hoch mal anders gefühl so du brauchst noch kein ziel sachen und was dachte ja und auch florid stiefel damit eine ansturmeisen macht eine stiefel bitte schnell fällig nehmen wir erst mal die da kann ich ihnen nämlich die ausrüsten perfekt wieder ein gutes teil bin ich gerade gegen dachten die hätten wir im letzten bosskampf brauchen können aber okay das ist das richtige was wir ausrüsten wollen und das ist nur so wenig nicht elementar an uns braucht ich sehe im richter über die dämonischen auskostet ich habe schon was dabei gedacht haben so wir gehen jetzt zum katnickshafen von daraus geben wir so ihr wenn nicht er ganz denkt man alle sachen die übersetzen damit wenn ich ihn nicht noch herren müssen nämlich ein bisschen dem ich sagen man sagt ich will geld immer geld ok doch lang gehen wir schaffen zu dieser stufe vier dinge stufe vier dinge ins insel kirchen ja wo schaffen ich habe schon einige andere was wir versuchen weil er war jetzt nicht so schwer aber er hat auch nicht so starke seelenbrecher attacke ich nenne jetzt mal sehen möchte ich nehme an das machen sehen wir schon so komische und kreisel ange ich habe es nicht so was ich bin ich habe es nicht so wie das ist wie ich bin es ist ich habe Was ist das? Leifeset ist auch sehr schwierig. Leib, der Körper ist sehr schwer. Das ist so. Ich bin ein kleiner kleiner Kind. Ich glaube, er ist ein kleiner kleiner Kind. Deswegen hat er das Kind, Leib, den Namen von Leib zu leben. Leifeset ist ein kleiner Kind. wir haben als baby schon der ausgefunden hat der krank ist und haben den namensgebung so bescheuert ja 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 Soll ich meine Liebe? Ich bin ein bisschen gärt' zu. Von einem Tal, wie bei Life Set. Shal man das hier? inteil. Dass es einfach nicht sooo ist. Als ich noch etwas such an, bis ich mich oder nicht in der Lage bin... Ich bin ein bisschen verletzt. Ich bin ein bisschen auch verletzt. Dann fiel ich wirklich sehr, was ich. Ich bin echt nicht so okay. Ich bin einfach nicht über ehrlich, Eền Mat. okay nur den horn des 1 und das omegale jetzt hier zu stellen muss doch denn war ich da schon hrw es hat kann ich nicht hin glaube ich und ist ein ordens anspieler und anderen trends aufteilen nach hrw es kann ich nicht glaube ich müsste ich nicht das kann man machen jeder wieder im raum im schiff weggegangen ja genau da kann wir nicht zurück leider die reisen begegnet in dieser schlucht also durch die höhle gegangen und ja da kommen wir leider nicht hin nach hrw ist da kommen wir nicht hin oder wenn man kann ich ja nicht hin ich nehme ja nicht an dass ich irgendwie zu dingen ziehen gehen kann ja also hier hingehen und dann so darum gehen kann und deshalb folgt noch inzwischen wenn ich ein großer thema ist aber wir sind gleich jetzt immer mal wer wird wieder und gerne mal zu seiner stupe vier denn sie werden wahrscheinlich voll in sich haben erfährlich von abteil unter quarantäne gestellte regierung der man sich schleim und schlampf vorsehen sollte das unser großes problem ist die sache ist die ich muss ein bisschen level habe ich sollte für eigentlich nicht aber abweichler 4l sind dann gibt es keine truhe anscheinend jetzt ehrlich gedacht wir haben wollen nicht so eine riesige und riesige insel zu erkundern dann ist da irgendwie so eine witte wie das wie so eine arena oder irgendwie so die typische arena in diesem spiel jedenfalls wäre jedenfalls der bessere als diese ein binger aus testes teller wann gefällt auch wie sehr ich irgendwie testes her nicht gemacht habe also einige sachen waren nicht so gut fällt mir gerade so auf gegensatz spiel hat mich weil ich ist ja noch nicht sehr enttäuscht okay wir hatten das so eine arena das kommt mir doch ja selbst kann vor so 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 hier kommen so schleimviecher da war jeden nachgucken jetzt hier die gegen schleimfischer haben nix 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 wunderbar das ist eine arena auf jeden fall dass sie aus wie ein taste of christian ein einturm die haare höhe genau hier leben und schon aus dem dem und zur reihe so einen kampf zu beginnen nachdem ich bin da ein dämonen besiegt worden falls man kann besiegt wird ein schatz auf den schatz von kampf zurückgesetzt was man zum ersten mal beiseite eine belohnung ist gewaltig so ein bestes ich wollte irgendwie in der spiel an der halle aus der arena also zu sagen und diese spieler die spieler welche er natürlich erde Das ist eine gute Belohnung von LTS, das sieht voll geil aus. und werde immer stärker auch wenn wir sehen nicht immer noch gebrauchen wahrscheinlich okay das ist schon leicht hoch genau gesagt jetzt mein gott was hat meine gute rolle wie ich meine kinder hier drei kühler bekommen mehr mann also noch eine beziehung wie ich ja nicht sind nur so ein lückenskular wie ich sagen meine magie ein aber das eisen hier perfekt ja auf gewährt einfach gleich in dem bereich sein hier für den zauber und absorbieren zu können dabei schon auf den zauber ja frisst das ist ein tsunami reflex ja wo wir haben ja einfach alles kaputt ja da ist die team zusammenführer richtig gut weil seine anfängliche stet jetzt gegen wind anfällig ich habe ja gar keine probleme dauerlich gegen wind aufzeichnet ich wollte diese gefühle ich brauchst hat die ganze zeit so einfach bleibt 10 19 1.000 mal entschuldigung das hat ja voll einfach irgendwie so sehen die nachfahmen wenn ihr einen gegner lief bekommst du ja immer wenn den gegner lief bekommt zurück da war schon wir haben schon was habe ich alles bekommen und stand schuhe alle dämonen wurden besiegt entgeht es wird hosen sind drücken von angepfernte abwehr verschiedene arzt aus was es war einfach nicht einfach einfach er macht vor live war ich möchte jetzt noch mal ein paar neue schuhe nur sie ausrüsten feiern ist kraft ausgezeichnet heute auch schon wieder nichts zum fokus ja verteidigung wo verteidigung glaube ich besser wegen der vertreter verunter damit er kann uns heute habe ich mal einige sachen die ich auf jeden fall irgendwie ausrüstung habe ich schon aufgeballert auf jeden fall passen ich kann die beiden sachen nur für männer zeigen denn du keine objekte benutzt wieder stand schuhe seelen brücher verteidigung da da war länger gewinnen durch den ganz jahr da ist nicht schlecht sowieso jetzt gerade noch angefangen also geauft hat es ag in 1,42 gewinn nicht sehen weil ich da schon 1,332 nicht schlecht ja das war aber noch bekommen wenn die das wir toten und zweiten seite ist arzt festlegen ist angefangen hat der abwehr verschiedene arzt ausführen wie war ich dass die zweiten seite der arzt die einschlagen können auf der zweiten seite des arzt festlegen ist angepasst werden zweiten seite ja oder ist gut dann kann ich irgendwie heilsachen hier vielleicht reinpacken also richtig geil kreis und durch da was haben wir zum beispiel rein und dadurch die ganzen heilsachen hier zum beispiel reinpacken und ja auch immer aber hier excel ja auch jeder hat ja auch fast jeder irgendwie ein heilangriff dann habe ich dann weil sie nicht durch so einer ähnlichen kombination kenne ich jetzt nicht mal auswendig auf x gemacht glaube ich da wäre auch ein bisschen nützlicher irgendwann später ja das war okay das war okay das minuten am besten steigen salz ich habe ja nichts neues da bekommen okay zurück jetzt mal jetzt mal weiter in der story weil ich kann nicht zu denen es hier gehen aber weiter gehen wir zum isold box weil wir können uns woanders hin das ist wieder voller umweg das ist ich 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 bin so gut. nur eine sehfahrt dass du nicht wissen musst ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin nicht so, dass ich mich nicht so, was ich. Hey, hey, bitte. Du bist so, was ich? Ich bin nicht so, was ich nicht so, was ich? Ich habe etwas zu tun. Nein, ich glaube, dass ich mich nicht so gut fühle. Nein, ich habe es schon mal mit dem Saretotma. Das ist doch egal, dass ich mich nicht so, was ich. Ich bin nicht so, was ich nicht so. Was ist das? Ich habe das nur ein Kind. Das ist eine kleine Frau, die in die ... ... die ... ... die ... ... die Frau gelegt. ... 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 einfach so eiskalt aber erklärt irgendwie alle irgendwie gleich sitzt weil dieser diejenige irgendwie denkt das ist voll der gute typ und sohn wie gesehen hat der macht und da sitzt irgendwie nicht so belebt aus wir kommen jetzt wieder so einen riesigen so einen riesigen hafen stadt wieder penguin das weiß ich wenn die pinguin an diesem part kommt der später spieler oh anna 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 Das war's für heute. Ich weiß gar nicht. Was für einen schönen Tag? Ich weiß nicht, ob ich einen Joharten-Marke aussehen kann. Det ist so. Was ist das? Was heißt das? Das ist ja... Magiru ist ein altes Mädchen, was ich? Wie kann ich mir nicht so sagen, dass ich mich nicht so sagen kann? Ich bin so, dass ich mich nicht so sagen kann. Ich habe nur noch ein paar Jahre altes Zeit geblieben. Bling! Was ist das? Ich bin so, dass ich mich nicht so sagen kann. magi lois viel älter als alle anderen deswegen hat sie aus dem titel der heißt super oma wir hatten magi loising war mit 1000 jahre alt oder irgendwie so was wahrscheinlich älteste in der gruppe wetten okay ich kann nicht so heller wie es zurück und wenn sie schon ja dieses schamballon dingen in jedem hafen der gerade bei meinen wahl zu fressen muss natürlich ein dämon gewesen sein weil es gibt keine irgendwie andere normalen tiere es müssen immer direkt dämon sein wenn ihr noch gucken wir ja mal okay hat offizieller weg der mann kaufen können weil es das thema so ich hatte ich aber voll irgendwie seltenes gefunden wie komme ich hier wieder hoch gar nicht da oben war kein speicherpunkt oder kraut besser als die grünen kräuter sind grüne kräuter schlechter warum sagt mir leider da ist nur ein speicherpunkt so wie ich das sehe jetzt doch ein bisschen mehr als ich gedacht hätte da war ein speicherpunkt gewesen hier war aber auch nichts meine das ist natürlich seine truhe schon wieder herunterspringen mann oder nicht so aus komm ich da hin ist irgendwie nicht da verbunden komm ich aber so auch nicht hin oder so war es mal ein speicherpunkt ich kann echt über unterspringen da ist ein speicherpunkt und sehe ich ja nicht auf der karte mann aus dem weg und nein ist eine kirche verdammt gott dann würde ich den party wenden dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wo wir hier diesen ort ein bisschen erkunden würde ich sagen ich bleibe mich aller herzlichst für zuschauen und sagt tschüss bis zur nächsten folge